Hilfe! Danke! 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 Nein, erst hinter mir, oder nicht? Nein, er war gerade hinter Sky und Ding. Ich sabotier jetzt den scheiß Haken, Digga. Ich mach den jetzt kaputt, Junge. Sky, komm her! Ich mach den scheiß Haken kaputt, chill. Oh mein Gott! Lass immer doch hinter mir! Warum sagst du denn nicht? Der war eben bei Eddy und Sky, aber jetzt ist er wieder bei dir. Ey, der eine Haken ist kaputt. Aber ich hab auch einen Haken kaputt. Ey, komm her! Sky wartet! Komm her! Komm her, ich hör dich. Holt mal nicht rum! Ich bin als Erster gestorben. Aua! Was ist passiert? Er füffi! Hopp, 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 hopp! Junge, der hat davon nicht schlutscht ein bisschen auf, wirklich ist geile Spaß. Eddy, der kann dich schon mal nicht an den Haken anbringen, den hab ich kaputt gemacht. Werde ich! Was ist das? Was ist das? Er schafft es noch raus. Er schafft es noch raus, der Bastard. Jawoll, Eddy, hau ab! Help me, please! Oh mein Gott, er rennt hinter mir, Digga. Ich hol mir mein Essen. Nein. Shit happens, Digga. Du... Ich will dieses Spiel nicht machen. Ich schau's mir nicht und sitze allein. Wer lebt denn noch? Ich lebe noch. Äh, wo sind denn die Haken? Kann man das denn gesehen? Ich hab einen Haken kaputt gemacht. Ja, also, ich... ich seh sie. Eddy, versuch mich, dich zu befreien. Das sind 4%ige Chancen. Am besten ist immer, wenn die anderen nicht befreien. Also, ich sag das nicht, weil ich sie töten will, aber... 16. Fuck, happy, stay. Er will das Spiel ein bisschen spannender machen, er will euch auch noch ne Chance lassen. Aber den tötest du nicht direkt, weißt du? Aber den tötest du nicht direkt, weißt du? Ich glaub's, ich wusste nicht, was das ist. Ich glaub's, ich wusste nicht, was das ist. I'm dead, bro. Ich glaub, wenn man das zweite war auf der Griff, stirbt man einfach schwierig. Ich glaub, der hat noch keine Chance. Komm, Eddy, komm schnell, komm hier an die Ecke, komm hier an die Ecke. Hier. Ich geh dich. Oder so. Oh, der ist bei uns, der ist bei uns, der ist bei uns. Komm mit, komm erst mal mit, komm mit. Wo ist er überhaupt? Warte, Sky. Komm mit. Wo bist du, wo bist du? Eddie, du bist falsch gelaufen. Ja, er ist hinter mir her. Oh nein. Komm, ich lass Eddie mal in Ruhe. Nein. Wo ist Sky, Alter? Oh nein. Oh nein. Selin, lebst du noch? Ja. Wo bist du denn, Alter? Kannst ihr doch nicht sagen, sonst weiß er das. Was? Komm, wie geil, hoffentlich ein Stück Scheiße zu nehmen, wenn ich so. Danke. Nein, ich hab da nicht so was gesehen. Nein, ich hab mich gezählt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil, wo bist du? Ja, warte, warte. Eddie. Haha. Ich weiß nicht, wo du bist. Eddie versteckt sich in nem Schrank. Ich weiß gar nicht, wie oft ich euch noch alle vom Haken holen muss, Alter. Das klingt doch nicht echt so. Hahaha. Geil. Nee, Alter, weißt du, wie schickst du, ich hab da nicht gelacht. Alter, Schwede. Wie spät kam der Herzschlag? Hi. Ich war am Schleichen. Fick die Hände, Alter. Wie spät der Herzschlag kam. Was? Hat mich angehackt, ja. Hat mich angehackt, ja. Ah, ich glaub. Oh mein Gott. Eddie, hau ab. Das hat's gehört. Ich hab's echt gehört. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Ah, hallo. Ich weiß nicht, Eddie, das bin ich. Du Wixer. Oh, hallo. Oh, bitch. Heilt euch, ihr Bellenarten. Zerlin, komm her. Zerlin, komm her. Nein, nicht da, nicht da. Jetzt komm her. Komm her, Zerlin. Ah, du Wixer. Heil mich, blöd. Ich könnte dich töten, Alter. Ich könnte dich töten, Alter. Ich stand hier. Oh, du weiher! Alter, ich weiß nicht, wo der nächste Wack ist. Alter, wie ihr den Stick bewegt, Alter. Marathon. Ihr könnt's gar nicht retten, wenn ihr den Aufregung besser wieder getreten. Na, ihr Wichser, ey. Ey, ich hab einen Generator fast fertig, Leute. Ihr müsst da nur noch einmal kurz ran. Eddie, er ist tot. Da ist tot. Ah! Harry ist unter mir. Harry? Helst mir, Celine! Hau, ich muss den Schrank. Versteck dich einfach in dem Schrank. Ja, versteck dich in dem Schrank. Ja, versteck dich in dem Schrank. Fuck you bitch, oh my god, he's fast! Ey, rufen mal. It's a prank. Hast du wohl gedacht, hm? Hallo! Hallo! Du hast so eine Mist geworden, ja. Alter, und dann voll Tage dafür. Es steht einfach, dass ich dich töten kann. Also, es geht um die Auswendung zu töten. Wenn nicht zu töten kann, ich kann ja auch nie zu töten. Weiß man wo die Haken sind? Ist das vorgegeben oder muss man sie suchen? Nee, ich seh sie. Ich seh sie runter. Wie schnell bewegst du deinen scheiß Stick? Ich beweg den gar nicht, ich dreh den einfach nur. Ich mache mich schnell. Fuck you bitch! Ich bin gleich tot, Mann. Gut, Eddy. Hast du gedacht, mein Freund? Eddy, ich rette dich, ich lenke ihn ab. Fuck you bitch! You want some Mia, man? Hier! Ich bin gleich tot, Mann. Alter, kann die Alte nicht mehr schneller laufen. hey, oder? Bist du? Ah! 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 Ah, ah! 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 Ich hab ihn gesehen! BEPISS DICH DOCH MANN! Adrien, hilf mir doch mal! BEPISS DICH DOCH MANN! Ich seh nur dich! Ich weiß nicht, wo sie ist! Sie ist in nem Schrank! Was? Eddie war vorhin im Schrank! Eddie war vorhin im Schrank! Ihr könnt gerne nicht auf mir zu gucken! Nee! Ich glaub du bist entkommen, Eddie! Entkommen, Alter! Das ist aber scheiße hier! Ich find das auch ein bisschen zu schwer, Digga! Fünf Stück zu reparieren! Das ist schon verdammt schwer! Das ist schon verdammt schwer! Ja, da muss ich bei uns hier verredet! Das ist ein bisschen Dinger! Einfach nur so schnell weg! Kann man Rollstuhl nehmen? Nein! Hallo Eddie! Oh mein Gott! Ich mach die Flette nicht! Ja, mach mal! Ja, ihr lebt ja immer doch! Ihr sind halt! Der Killer! Der Killer! Der Killer! Der Killer! Du hast doch... Du hast doch... Du hast doch so schwer! Ihr könnt da gleich das Fenster runter springen! Ey, Geordi! Was bist du für ein schlechter Killer, Alter! Entkommen! Er ist da! 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 Ja toll! Jetzt hast du Eddie schön in die Brigade gelockt! Ja, versteck dich jetzt auch nochmal in den Schrank! Er holt dich gleich ab! Er ist da! Er ist da! Er ist da! Wie assi das war, Alter! Eddie versteckt sich im Schrank! Sie macht den Schrank auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey! Hilf dir! Hey Bitch! Komm hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie kann man da so doof sein, Alter! Was? Warum hast du eigentlich Maike Meiers, du Arschloch? Ja, ich hab's gemacht. Das ist so geil, was das ist. Dazu hast du mit 4% die Chance dazu entfangen. Also eigentlich ist es unmöglich. Ja, wenn du kämpfst, bringst du nichts. Man kann nicht hinkommen. Ja, was bringt das denn noch zu kämpfen? Eigentlich gar nichts. Ich denke, nur wenn noch mehr leben, dann bringt das was, damit sie nicht wecken können, falls was zu schön ist. Für Vergesse, oder? Aber sonst... Ich erzähle mich, du musst zu finden! Ach du, ach du, ach du, ach du! Mach ich hier mit dir, leider. Das stimmt. Ja, wenn du alleine zuckst, ist scheiße, aber zu 5 mach ich richtig Bock, Digga. Ja, ich bin bei euch raus. Darf ich killen? Ich bin gequittet. Gequittet. Jordi, lad mal wieder ein. Was? Meine Freundin will killen. Lad mal wieder ein. Kill euch! Ja, das... Wo soll ich hier denn machen? Ich muss erstmal hüpfen für euch. Du musst Töter deine Freundin machen. Ja, ich kann. Ich kann leer sein. Sky. Ja. Hast du Trauma? Heißt nein. Ich hab Dings. Äh, eben. Michael Mice. Ja. Der Typ von Saw, das Schwein da. Ja, ja, ja. Freikas nach oben, da kommt uns zum Bedarf von. Freddy Krüger, ja. Du Asier, Alter. Aber ich will die... Ich hab nur Lallaby. Über eine Party. Ja, hol dir die, die ist umsonst. Ja, es ist irgendwie geschlossen. Ich muss hier irgendwas Fleisch ausmachen, oder so. Ich weiß nicht mehr. Ja, ich kann... Bei Killer kann ich Lollaby auswählen. Stefan. Ich bin doch schon raus, 친구� das wir gehen über drei städte wenn man jetzt nicht mehr jetzt starte ich das nicht noch mal tschau ist dein ernst jetzt weil du angst hast ja ich dachte nein ich dachte wir gehen 3 komm jetzt mal wieder komm mal wieder du bist so ein schisser ja ich bin das ist ein bisschen zu vieles liegen er hat sie vorliegen jetzt nicht der gerade worden der andere chinesen Schatz, ich gucke auch nicht weg, ja. Das sagt sie jetzt, weißt du, aber dann guckt sie trotzdem, habe ich bei meiner Freundin auch gemacht. Was? Geguckt. Was denn? Heimlich geguckt auf dem Bildschirm. Was ist ein Gauner gewesen? Ja. Heimlich. Es ist offensichtlich gewesen, dass du auch geguckt hast. Ja, ihr müsst mal bereit machen. Ich, mach ruhig. Einer muss noch, Jordi. Du, 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 du. Kommt, was er raus oder was ist. Mal sehen, was es für eine Map ist. Oh, weh, no, weh. Na, Eddy, du Schisser. Na? Du bist wirklich mega, der Schisser, ey. So habe ich schon mal geschrien. Ah! Ja, aber wenn du nichts merkst, dann auf einmal kommt so ein Hurensohn vor dein Gesicht. Also nicht die MK, ne? Dieser Face. Look at you, Face. Da kommt auf dein Gesicht. Da kriegst du ein Schuss. Lass es regnen, ist rausgefahren. Okay. Oh, Gimmelchopp. Oh, ich verliere eh gegen euch. Oh, der Rabe ist rausgenommen. Was willst du damit, Schwein? Oh, mein Freund ist süchtig. Du guckst. Nein. So, du guckst den gerade erst an, aber auch nicht. Die Map ist gut, Digga. Die Map ist gut. Leute, ich verstecke mich im Schrank. Mach dir mal. Du Wichser. Hallo. Du Fichser. Du alter Fichser. Hey, komm mit. Ich hab ein Mädchen-Kick. Toll. Sky. Komme, was wollte er, Alter? Ich bin zu wundern, welchen Kieler sie spielen. Wo komm, Dingobang. Dingobang, kennt ihr die? Dingobang. Daniel. Ja, sie guckt, Digga. Sie guckt doch auf den Fernseher. Ich hab nicht geguckt. Ich hab nicht geguckt. Wir haben gleich einen fertig, Jody und ich. Danni, wir hören dich. Nein, du hast geguckt, Digga. 20 Mal, natürlich. Und dann bist du genau in die Richtung geraten. Was? Ich hab das. Jordi. Ich hab das. Jordi. Ich hab das. Wir müssen ihn holen. Hey, wo ist ja... Was ist denn das für ein Zeichen, Digga? Es ist kittet. ja dann muss entweder jodie oder ich killer sein damit das nicht so unfair ist ja als optiker weißt du von drei leuten findest du ausgerechnet ja das war genau die komer 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 rechts die sind mir hier bleib hier sitzen kurz ich sehe sie ich sehe sie nicht jetzt ist ja auch sie sind aber im haus gekommen müssen den nächsten die 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 wie kann man nur so schreien mach nicht aus oh fuck it das war zu schnell alter der ist gleich direkt am anfang gekommen die 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 Lass mich. Lass mich. Lass mich im Kupöchen. Kupöchen. Willst du entkommen? Nein. Nein. Ach geil. Ich habe ihn verlor. Au. Lass mich. Dive. Ach du meine Güte. Oh shit. Wo bist du? Lass den Arm. Fuck it. Jody lenk sie ab. Okay. Huh. Nein. Nein. Lauf nicht zu mir. Lauf nicht zu mir. Jody. Jody. Lauf gar nichts zu mir. Jody. Die wird hier ab. Mann. Hörst du. Jody. Ja ich sehe euch. Ich sehe euch. Oh no. Lauf. Lauf. Oh no. Oh no. Jody. Jody. Oh no. Oh no. Oh no. Jody. Oh no. Oh no. Oh no. Nein! Sorry, hol mich! Das steckt mich, komm unten! Nein! Nein, 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 die junge Dame! Nein! Nein, Jordi! Ich sehe nur, wie Jordi auf den Arm weggetragen wird! Er befreit dich aber gleich! Jordi ist weg, Alter, sehr schön! Lauf, mein Bruder! Wer war das jetzt? Oh, ich will eigentlich machen euch! Das bin ich! Irgendwie machen euch! Ja, ich! Oh! See ya, boi! Ich mach den schon bei den Generator-Element vor Ort! Mach mal! Ja! 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 Ah! Du scheiße, Alter... was machst du schon die kunst zu mir hat sie dich ich muss nur sehen wurde aufgehangen wird dann manchmal sich sie macht man sich ich glaube die letzte Das ist ja ungemein. Ich meinte es nicht so. Jordi, komm zum großen Bagger, Digga. Komm zum großen Bagger, ich heile dich hier drin. Ich hab's hier gestoppt. Ich hab's hier gestoppt damit sie uns nicht hören. Komm zum großen Bagger, ich heile dich hier. Oh mein Gott, Alter. Hat sie dich schon wieder? Ja. Ey, lass mal Kette sägen. Lass mal die Kette sägen. Oh, Anmeldewohnung. Aber jetzt lock sie nicht her, wenn sie dich sieht, Digga. Nur wenn du entkommen kannst, dann komm her. Ah, hör auf. Geh nicht nach unten. Nein, nicht nach unten. Nicht nach unten. Das ist voll geil. Kann das doch mal gehen, oder? Fast fertig mit dem Generator, Digga. Sie kämpft bei mir. Ja, ist egal, umso mehr Zeit hab ich. Die Taktische ist so Häufchen Wurst, Digga. Ja, das ist doch mal ein Nütz, Digga. Sie bleiben noch in der zweiten Fall Generator. Warum? Ja, das erste Taktische ist nun die Linie wieder. Hast du immer noch bei dir? Sie kämpft immer noch hier. Sehr gut. So, ich genug Zeit, Digga. Hey, wie hast du deine NV4 mal gespielt, Eddy? LV, Schaldämpfer und die andere ist die überlassen. Du hast doch gar keinen Schaldämpfer. Ich hab auch nicht gekämpft. Ja, Schaldämpfer, nimm rein. Das ist mit der NV übel krass. Also ohne ist die nicht geil. Der spielt auf jeden Fall mit Schaldämpfer. Hey, hier gibt's keinen Schaldämpfer. Für die NV4. NV4, ja. Ja. Ja, natürlich gibt's da einen Schaldämpfer, Mann. Nein, für die nicht ich hab. Für diese Hannity. Ach, der Schaldämpfer ist schon standardgemäß ausgerüstet. Ja, dann hast du auch den Schaldämpfer. Ich hab ihn wieder losgemacht. Nein. Ja, nämlich schnell zu. Magazinerweiterung. Schlaf. Ich hab ihn wieder losgemacht. Oh, okay. Ah, okay. Ah. Hey, wie du geht. Jody, hast du gesehen? Ja. ich kann nichts dafür du wirst einfach blind das habe ich nicht gesehen achso das habe ich nicht gesehen ich habe es nur direkt gelesen ich habe es nur direkt gelesen juhu endlich nicht das ist private ich weiß nicht ob ihr jetzt irgendwie noch bock habt weil dann ist ja schon weg jetzt die dritte scheiße ja ja dann schreibt ihr mal dann soll der ja aber schnell machen hä nein wie weiß hat sich gerade für dings eingetragen ja wie gesagt zu dritt ist kack ja zu dritt habe ich keinen bock das ist scheiße das macht keinen spaß und crinsey will ja auch ghost kommen also wir sind vier ja das war gut also wenn da jetzt keiner mehr kommt dann dann gehe ich fortnite wieder ich hab das auf cd das war auch so cool als maul ja dann geht es auf die idee raus ich gehe jetzt los ja das voll geil digga können wir vielleicht auch mal spielen denn bei daylight macht ich habe aber du musst halt viel der netzer zeigt wieder richtig bock auf dings auf call of duty's gekriegt sind ja 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 ja